Die Contra ist eine Hammerveranstaltung für jeden, wirklich für jeden, der sich irgendwie mit Geschäft im Internet ein bisschen besser auskennen möchte. Und zwar im Gegensatz zu so vielen Veranstaltungen, die alle irgendwo aus der Theorie kommen, die irgendwie das Wiederkommen, was andere machen, hat man hier lauter Internetveranstalter, die das Leben, die jeden Tag total viel Praxiswissen umsetzen und dieses Wissen an uns alle weitergeben, ist eine ganz tolle Veranstaltung. Also elf Vorträge, mir raucht jetzt so der Kopf, aber es hat sich gelohnt. Auf der Contra habe ich gelernt, wie ich meine Conversion extrem steigern kann und habe ein paar ganz konkrete Tipps mitgenommen, die ich jetzt direkt auch auf meine Website implementieren werde. Und die beste Message war für mich eigentlich so, okay, jetzt zack, wirklich umsetzen, 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 darum geht es jetzt. Und was ich wirklich bescheuert finde, und zwar deutsch zu sagen, ist, dass hier nicht zwei Nullen in der Teilnehmerzahl hinten dran sind, weil dieses Online-Marketing, was jetzt hier momentan hier dieses Know-how mitnehmen kann, das brauchen so viele, dass es eigentlich ein Witz ist, dass hier nicht 5.000, 10.000 Menschen sind, die dieses Wissen mitnehmen. Vielen Dank.